Warte mal! Warte, hast du noch nicht gesprengen? Nicht gesprengen? Das muss ich mal angucken im Stream. Alter! Mann, dass man hier auch noch nichts machen kann. Ich lauf mal hin. Hier, ich schieb euch an. Nein, er zündet! Macht's gut, Jungs! Toll! Nehmen wir, das geht. Ich knall euch jetzt ab. Jetzt gibt's abarmungslose Headshots. Warte, 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 warte. Bevor der Headshot ist, lass mich ganz kurz längst meine Munition rausklippen. Ja. Hier war ich noch nie. Oh, hier habt's Milch. Der ist jetzt unten im Zimmer. Kommt. Minus. Okay. Den haben wir belagert. Oh, da war ja noch einer! Jetzt ist er Minus. Ich dachte, oh, Klaus! Was war denn das für eine Fehlinformation? Ja, du, das sah so aus, als wenn er umgekippt ist. Oh, Benji, wer da oben um der Ecke guckt? Piffig! Na? Ja, ich hör uns, Kev. Was für Kills? Nö, ein. Nein. Nein, nein, nein! Bist du rüttendrunner? Ne, ich bin das nicht. Das ist ein anderer. Oh. Minus. Irgendwas ist tot. Nein, nein. Ein Tuell. Und ich unterlag. Mist. Hast du ihn getötet oder ich? Ne. Ach so, süß. Ja. Sollte ich vielleicht mal gucken. Ja, 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 ja. Den hast du sogar. Warte, ich leg alles zurück. Mit der Granate? Was ist die Granate? Ne, MP-153. Uiuiui. Alter Junge. Die Geräusche von diesen Typen, Alter. Zu geil. Zu geil, zu geil. Zu geil, zu geil. Hä? Hä? Nochmal, nochmal zurück hier. Hier habe ich geschossen. Ist die Luft aufgelöst oder was ist hier los? Alter, auf der Suche nach ihm lege ich mich gleich dazu. Ach so. Hier ist er. Oh, jetzt, bis jetzt noch Diablo 2 gezockt. Boah, schon. Boah, schon. Boah, krass. Oh, Klaus. Warte, Klaus, ich brech ab. Juhu. Klaus ist da. Juhu. Alter. Da war der Spieler von eben. Da zieht wohl Luft. Kann ja nicht mal looten. Wie ich diese Kacke hier hasse, Alter. Das erinnert mich tatsächlich direkt wieder an meinen Rucksack. Also ich kann den looten. Was? Echt? Level 6. Ich schmeiß mal seine Klamotten ins Wasser, oder? Also ich kann den nicht looten. Von hier kommst du hier. Du bist auch viel zu nah dran. Ich komme aber wieder zurück. Was? Für mich liegt der ja auch nicht im Wasser. Ach so. So was. Na ja, weiter geht's. Ja, warte, ich schmeiße eben seine Sachen weg. Irgendwer läuft hinter mir. Ich? Ach, da bist du. Da sehe ich dich. Warum kriegst du nicht da lang? Nein. Nein. Ich wollte hier unten durch und dann... Warum geht das nicht? Komm mal zurück. Komm mal zurück. Ja, ich kann. Ich drück gerade rückwärts. Geht gar nicht. Steh mal auf. Geht auch nicht. Ne. T geht nicht. Lateste geht nicht. Dann noch weg. Ey, so ein Mist. Willst du nochmal... Ach so. Alt F4. Und dann nochmal... Nochmal rein meinst du? Dann liegst du ja auch bloß wieder an dieser selben Stelle, oder? Gucken. Oh, vielleicht stehst du dann. Hm. Da hab ich's doch richtig gehört. Alter, das war ich nicht erschrocken. Passt nur, oder? Ne, 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 ne. Spieler oder? Was? Spieler. Ja, ja. Definitiv. So. So. Wollen wir runter zur Straße gehen und dann... Ja, nicht dass er hier Haikon kriegt. Was denn? Ja. War ein Skeftspieler, oder? Glaub ich. Ich weiß es nicht. Ich hab ihn nicht gesehen. Wo liegt er? Ist er runtergerollt. Okay. Gibt er da Becken? Wer ist ein Spieler? Wer ist ein richter Spieler? Wer ist ein richter Spieler? Wer ist ein richter Spieler? Wollen wir so. Ja, was schießt er auf uns, Alter? Mein erster Kill heute, Mann. Außer Sanitar hab ich erschossen. Aber... Weil... Weil... Eigentlich wollte es... Alter, das ist so traurig schon wieder eigentlich. Klaus... Wir sind ewig rumgerannt. Wieder Sanitar gesucht. Mhm. Und dann wollte ich eigentlich meine Schrotflinten-Kills machen. Auf Shoreline mit den... Mit den Skefts. Und renne so am Pier und sehe, oh, da läuft Sanitar. Sag er Klaus Bescheid. Klaus kommt gerannt. Kriegt Hits. Flickt sich. Dann lege ich ein Guard um. Dann... Kommt Klaus wieder. Zusammengeflickt. Mhm. Und... bricht dann... Erbarmungslos vor mir zusammen. Hopp. Du bist tot? Nein. Jetzt aber. Er ist direkt beim Auto bei mir. Ja, da ist Minus. Na, sauber. Ey, Alter. Ich wollte... Ich dachte nicht, dass da so nah ist schon. Ja, ich dachte auch nicht. Mann. Klaus. Willst du? Ich hab den Kühl beschert. Ja, aber ich hätte dich lieber an meiner Seite gehabt. Und der hat einen großen Rucksack. Siehst du. Ja, dann morgen. Dienstag. Oh, der Snickerskeff ist da. Sauber. Boah, er fällt runter. Alter, wieder runtergefallen. Das ist geil. Matze, ich hab was für dich hier. Ich bin hinterm Bus. Was hast du denn Schönes? Oh, ein Helm. Ich hab grad zwei Stück gefunden. Wieso kann ich den nicht... Ach so, wenn ich den Kopf herum... Ach nee, kann ich nicht... Ach das hier. Ja. Danke, Klaus. Danke. Hier ist noch der Kommando weg. Bei mir ist was. Gehen. Ach scheiße. Das waren Dudes. Das waren PMCs. Ich glaube drei Stück, Klaus. Ich bin mir auch nicht sicher. Sie hatten Kenny erwartet. Oh, von vorne schießt noch einer auf dich. Das meine ich ja. Er steht genau da an dem Durchbruch. Gegenüber, auf den du geschossen hast, der war glaube ich eher vom Häuschen, oder? War das ein Spieler? Oh, da steht noch einer daneben. Alter, guck dir die an, wie ich denn die Fresse weggeschossen hab. Nicht schlecht. Ach, das war Spieler 2, äh, Level 2 Spieler. Mein Name, ich hab nen Spieler abwicht, Udo Dupi. Wie gesagt, ich bin dann überlegen, ob wir ihn mal anstupsen können, oder sowas. Aber wir gebt euch nicht in die selbe Situation. Ja, drum eben, da reingen wir mit da drin. Ich geh mal hier aus, geh nach der anderen Seite. Kann man nicht so rollend liegen? Ne. Ich mag am Gucken. Wie er vor mir rumzappelt. Ich jag dir jetzt ne Ladung Schrot rein. Mann, das Elend kann man sich ja nicht mit angucken. Ach so. Ach so, du willst ihn anschubsen. Probier mal zurück zu gehen. Nach Hilfe. Äh, ja. Das hat doch nicht viel gebracht. Doch, ey, du kommst. Ey, du kommst. Alter, was ist jetzt passiert? Du kommst zurück. Du musst rückwärts, nicht vorwärts. Ja, rückwärts. Ich mach rückwärts. Ja. Ich mach rückwärts. Aber hier passiert nichts. Warte, du schlägst vielleicht falsch ein. Schlag mal ein bisschen so nach links ein und geh dann weiter ruhigwärts. Ich kann gar nicht mehr einschlagen. Ach so. Jetzt bin ich... Und kannst du da jetzt, wo Enrico reingekrochen ist, kannst du da rauskriegen jetzt? Warte, irgendwie konnte ich mich grad bewegen. Aber jetzt geht's mir doch nicht. Ich rück wie blöd auf irgendwelche Tassen. Immer gern Cola. Ich hab die Kontrolle angemacht. Oh, mein Name. Na. Enrico kann... Ups. Was macht denn ihr jetzt? Schlüssel. Ich bin auf die Schlüssel gekommen. Ich bin auf die Schlüssel gekommen. Ich bin auf die Schlüssel gekommen. Hast du Enrico abgeknallt jetzt? Nein. Ich zieh da gefühlt in Richtung Himmel. Enrico? Kommst du raus Enrico? Na, wollte mich jetzt festgepacken. Was aussieht. Ne, oder? Das ist ja lustig. Ja, guckt einfach. Meinst du, du musst dich auch noch... Ne, ihr Teufel. Na, ich tut einfach. Soll ich euch erlösen, oder was? Mann. Jetzt passiert irgendwas. Warte mal. Jetzt bin ich irgendwie gefühlt... Da steckt schnell einer. Ja. Benji. Ey, vielleicht schmeißt du mal deinen Rucksack weg. Vielleicht kannst du da einen durchkriechen, oder so. Ja, ich versuch's. Hm? Da kommt wieder ein Helm geflogen. Ja, den hab ich weg. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ich weiß nicht was. Warum eigentlich? Das ist ein Dreck, Alter. Wer zum Teufel kriecht da lang? In Battlestate Games, bitte mach das ordentlich. Neustart, Benji. So soll ich dich anlösen. Irgendwas passiert gerade? Was ist denn jetzt? Ich geh ins Inventar, da macht er irgendwas. Seht ihr das auch? Nö. Oder seh nur ich das? Ich seh nichts. Ich seh einen Rekordringer vorne. Wieso? Ein Wurm, Junge, der nicht weiß, wo er hin will. Nein! Jetzt bin ich schon krass gekommen. Ich geh kaputt. So, das war's. Enrico, bist du da draußen? Geh bis zur Seite. Warte, ich muss kurz noch was essen. Oh, mein Auto. Ich hab noch einen umgelegt. Warte Scheiße. Den hätte ich gern gelootet. Aber ich... Ich knall euch ab. Beutel lacht sich kaputt. Oh, ich bin nicht tot. Renne, Matze, renne! Ja. Hast du dann wieder eine Granate gezündet? Ja, jetzt konnte ich mich grad drehen. Weil du ihn wahrscheinlich erschossen hast. Und? Geht's weiter? Nee, tot. Ach so. Richtig geil. Jetzt machen wir nicht nochmal sowas. Ach, Benji, es konnte nur wieder dir passieren. Weil's einfach mal zu geil ist.